Willkommen zu Project 13 und ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Spiel nochmal spiele, beziehungsweise ist es ein neues von dem Entwickler. Ich glaube, ihr erinnert euch noch an Project 13 in dieser Irrenanstalt. Das war richtig, richtig schwierig, aber geil. Und das gibt es jetzt, glaube ich, in einer Art Museum. Und es kommt jetzt demnächst nochmal ein weiterer Teil raus, den wir auch spielen. Meine Community ist wieder live mit dabei. Kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv live, wenn ihr Bock habt, würde mich sehr freuen. Und wir gehen jetzt rein und ich habe jetzt schon Respekt. Let's go, wir schaffen das. Schauen wir mal, was wird, was wird. Okay, also wir müssen zuerst, so, also. Please don't miss the Anomalie, if there is one. Also, die Anomalie dürfen wir nicht sehen, wenn da eine ist. Reporte die Anomalie, wenn du quasi, when you leave, you walk. Walk. Okay, die muss ich reporten. No Anomalies found, then don't report. Also, wenn ich keine Anomalien habe, nicht reporten, bei Anomalien reporten. Are the third walk, you are free to go. Okay, nach dem 13. Walk sind wir free to go. So, jetzt müssen wir erstmal hier orientieren, wo bin ich denn hier überhaupt? Okay, also, wo geht's lang? Hier. Walk attempt. So, hier geht's rein. Ach, du heiligst Blechle. Oh mein Gott. Das ist wirklich so eine Art Museum. Okay, also hier haben wir drei Hirsche. Zwei Hirsche und ein Reh. Ja? Expedition holidays. Your kids are welcome to join the expedition. Die sehen auch alle ganz normal aus. Hier sind drei Stühle, vier Stühle. Ist auch so dunkel jetzt, ne? Ist voll gemein. Ach du Scheiße, da läuft ja jemand. Ey, Bro, die Frise ist echt. Das weiß ich nicht, ob das normal ist, ne? Äh? Das weiß ich jetzt nicht, ob das, äh. Ist das normal, dass er mir hinterherläuft? Ne, ich würde fast sagen, das ist eine Anomalie. Kann ich die irgendwo reporten? Ne, ich muss ja vorne raus, ne? Ich weiß ja nicht. Ist die erste Runde safe? Ach so, der läuft mir hinterher. Oh Gott, Hilfe. Das hat ja übel viel Stuff. Münzen. Das. Ach du Scheiße. Okay. Bär die Bär. Grampi, grappi. Der schaut wahrscheinlich mich, der verfolgt mich. Weil er nicht will, dass ich was anfasse, ne? Das ist dann wahrscheinlich normal. Da hat's wieder drei Stühle. Vier Stühle, meine ich. Okay. Vögel. Füchsis. Schlafifuchsi. Hier ein Hirschi. Boah, das ist so viel. Horny. Lampen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, oh Gott, Hilfe, Leute. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aha, aha, aha. Shit. Das ist so viel. Oh mein Gott, das ist viel. Das ist doch 100 pro nicht normal. Oh mein Gott, werter Herr. Können Sie mir sagen, ob das ein normales Verhalten einer ausgestopften Person ist? Okay, ich frage gar nichts mehr. Hm. Der Pinguin schwebt in der Luft. Ey, wie viel hat's denn hier? Was ist denn das hier bitte? Wie soll ich mir denn das alles merken? What the fuck? How? Ernsthaft? Ey, die hat auch richtig Bock, ne? Scheiße. Also ich würde jetzt mal sagen, ich kann ja nichts... Ich hab eine Anomalie reported. Das Ding hat 100 pro nicht gepisst. Guck mal, es war eine Anomalie. Das Ding hat gepisst. Das war ja nicht normal. So. Also. Der erste Raum ist also nicht safe. Das macht's natürlich jetzt sehr einfach nicht. Fehlte im Stoßzahn. Jetzt kann ich halt gar nicht sagen, was eine Anomalie war und was nicht. Der Typ kommt irgendwie nicht, ne? Ah, da ist er doch. Kommt der wirklich so spät? Ich hasse das, wenn du irgendwo reinkommst und Leute stellen sich einfach nur hinter dich und glotzen sich die ganze Zeit an. Und dann kann man sich überhaupt nicht konzentrieren. Auch gleich das Gleiche gilt fürs Shoppen. Okay. Der Bär, war der immer schon so zu mir gedreht? Das pisst jetzt nicht mehr. Da ist eine Axt drin. Da wird nicht mehr gepisst, Leute. Das Bild. Das sind die beiden. Ach, witzig, das ist die vorne und er, oder? Golden Ticket, kann das sein? Sehen wir, was sehen die so aus? Hier haben wir den Pinguin, der fliegt. War der immer schon da? Ah. Zebra. Wo sind Knus? Re. Okay. Boah, schwierig. Ich weiß ja nicht mal, was sich hier alles ändern kann, ne? Spinne. Und ich weiß auch nicht, wie gemein das Spiel ist, ne? Die wieder mit einem Schafi. Hier haben wir den. Was hat denn der da eigentlich in der Hand? Imker. Aufgeschlitzte Schildi und aufgeschlitztes Kroki. Schweini. Hat der nicht vorhin weiter nach unten geguckt? Tja, jetzt kann ich euch gar nicht sagen, ob es hier eine Anomalie gibt oder nicht. Weil ich ja gar nicht weiß, was das, was hier ist oder nicht. Das sieht für mich aber nicht normal aus. Das Bild sieht nicht normal aus. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier hängt. Außer so Voodoo-Stuff, ne? Dann schon. Shit. Granny. Warum verkaufen Sie hier keine Gnublüschtiere? Können Sie mir das sagen? Die arbeitet auch hart. Der Affenkopf an der Wand war falsch. Der Imker war schwanger. Also ich weiß nicht, ob das Bild okay war. Ich würde jetzt behaupten, ich habe eine Anomalie gesehen. Sind ja eh noch am Anfang. Okay, es war richtig, aber wir wissen nicht, was. Deswegen gucken wir jetzt gleich mal, ob das Bild das Problem war oder ob es der Affenkopf war. So, zwei. Die Hirschis. Waren die nicht anders? Oh, fuck. Shit. This is hard. Was ist das? Büffel? Das sieht ganz okay aus. Hier ist der Affenkopf. War der falsch vorhin? War der Affenkopf woanders? War der nicht hier vorhin? Axt, das Bär, das Pärchen, Golden Ticket, hier das, hier das, der Bär ist so gedreht, hier das Croco. Hier ist auch alles in Ordnung. Das Bild war falsch vorhin. Schauen wir gleich mal. Okay, hier Schweini und sowas. Der Tiger, die Spinne da. Da sitzen irgendwann auch die falsch, sage ich euch. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Könnt ihr euch das merken von hier? 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Einfach nur merken, weil ich kann mir echt vorstellen, dass die jetzt dann gegen Ende echt so spielen. Und die Lampen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Imker hat immer noch den Schild in der Hand. Hier ist auf jeden Fall wieder die mit dem Lamm. Ja, 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 ja. Das Bär, das Bild, Nature. Das Bild war es tatsächlich nicht. Ah, doch, das Monster unter dem Bild. Oh mein Gott. Es war doch das Bild. Es war doch das Bild. Also sind es vielleicht doch richtig auffällige Sachen. Vier Stühle. Hm, ich hoffe, dass sie nicht mit so Sachen kommen. War das Teddyding da immer schon da und der Kleine? Hm. Also wenn es nach mir geht, würde ich fast sagen, keine. Aber ich kann es halt nicht sagen, ne? Ich kenne es nicht, aber die Amolien sind teilweise schon sehr auffällig. Okay. Dann würde ich sagen, keine, ne? Oh Gott. Nein, es war falsch. Da war eine. Oh mein Gott. Verdammt. So, vier. Das. Der Bär. War das Niepferd hier immer schon da? war der Löwe hier immer schon da? Elefant, Niepferd, Löwe. Büffel, Hirsch, Pferd. Das Pferd sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Der Typ läuft mir. Ah doch, er läuft mir hinterher. Der Bär, das Kroko. Okay, okay, okay. Hier der wieder. Das ist das. Das Schwein. Tiger oder was auch immer. Wildschwein. Den habe ich auch noch gar nicht gesehen. Das ist viel zu dunkel. Aber der war, war der schon immer da? Da war doch was anderes drin, außer der hier, oder? War das schon immer hier? Ich dachte, nein, der Spinne war was anderes. Genau, der Hirsch pinkelt nicht mehr. Hier ist ein Löwe, äh, ein Wolf. Der Pinguin war da. Genau, ich glaube, die Augen haben auch wieder geleuchtet, oder? Genau, hier war der Pinguin. Ah, der war hier, ne? Ja. Ja, der hat wieder geleuchtet. Ich glaube, wir müssen uns das mal merken. Also, wir haben hier am Anfang folgende Tiere. Wir haben Elefant, Nilpferd, Büffel, Hirsch, Löwe, Pferd, Affe. Kannst du mir das auch schreiben, Laiki, erster Gang. Dass ich das einfach habe. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Lampen. Und wir haben hier im ersten Flur einmal Elefant, Nilpferd, Büffel, Hirsch, Hirsch, Löwe, Pferd, Pferd, Affe, Bär. Die Reihenfolge aufschreiben. Dann haben wir hier den Elch und den Bären. So, Bär und Bär. Dann haben wir Krokodil. Dann haben wir Schwein, Tiger, Wildschwein, Wolf und Nashorn. Schildkröte, das. Den, den, den und den. Okay. Aber Nilpferd ist, ist Nilpferd falsch? Elefant, Nilpferd, Büffel. Aber ist Nilpferd falsch? War hier immer schon das Nashorn? Ich hätte jetzt gesagt, nicht. Verdammt. Okay, der Raum war, glaube ich, clear. Das heißt, das war der Raum, so wie er sein muss. Also, wir haben Elefant. Wir haben Elefant. Nilpferd. War das Nilpferd immer hier? Wüffel. Vier Stühle. Löwe. Pferd, Affe. Okay. Der Dud. Das hier. Das, das, das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Lampen. Der Pinguin, das ist da. Das ist da. Der hat auch leuchtende Augen. Hier sind wieder vier Stühle. Da haben wir das. Das, das spinne der. Das ist gut. Das. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, passt. Wieder die. Yay. Der, das Nashorn. Okay. Taxi-Done. Okay, also für mich sieht das jetzt alles gut aus. Ich sag keine Anomalie. Yes. Das war keine. Das war der Raum, so wie wir uns merken müssen. Okay, sehr gut. So, dann haben wir hier einmal vier Stühle. Lampen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Der Elefant. Das alles. Hier. Diese, diese, diese. Vier Stühle? Es sind eigentlich immer vier Stühle, ne? Das Büffel, Hirsch, Nilpferd, das Löwe. Aber der Löwe ist doch falsch, oder? War nicht hier unter dem Horn auch was, was ein Horn hat, gehangen? Elefant, Nilpferd, Büffel, Hirsch, Löwe, Pferd, Affe. Okay, dann war es richtig, danke. Danke. Danke, danke. Das hier, das, das. Aber war das Krokodil hier schon immer? Äh. Ach du Scheiße. Okay. Kann ich da durchlaufen? Oh Gott, Hilfe. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, wir haben eine Anomalie. Oh shit. Lass mich rein, lass mich rein. Oh scheiße. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Glück gehabt. So, das war doch mal ein wilder Ritt. Ähm. Ups. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah. Ja. Das hier haben wir einmal da, ein Elefanti. Das hier. Das. Nilpferd. Büffel, Hirsch, Löwe, Pferd. Ja, passt. Gucken wir nochmal hier rein. Jagen, Jagd, Bild. Hier auch alles wie immer. Zwei Raben, zwei Füchse. Horn. Oh Gott, du Arsch. Aber ich hasse dich. Yes, yes, yes. Hier haben wir wieder Pinguinen. Das. Yes. Es wäre geil, wenn es gehen würde, dass der dagegen knallt. Also hier müssen wir jetzt auch mal merken. Hier haben wir Schwein. Tiger. Wolf. Wildschwein. Eins, zwei, eins, zwei, eins, eins. Ja, das passt. Das haben wir hier. Der Imker. Die. Ja, der Bär war immer da. Ach, das Schaf hat mich vorhin auch anders. Nee, es hat mich gleich angeklotzt. Oh, der. Guckt mal. Krass. Der hat einen toten Kopf. Und das Kind hat keine Augen. Man muss sich die Bilder echt richtig anschauen. Crazy. Animalie entdeckt. Yes. Vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann haben wir hier einmal wieder das alles. Das Elefanti. Das hier. Das. Das hier. Nili. Büffeli. Hirsch. Löwe. Affe. Pferd. Bär. Das erkenne ich gar nicht. Hier wieder das. Richtig gruselig. Vier Stühle. Hier haben wir das. Ich muss mir auch merken, wie viele Lampen sind denn hier eigentlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also auch im Prinzip sieben dann. Am acht. Schweini. Hm. Ja, ja, ja. Ih, das bewegt sich. Ach du Scheiße, ey. Okay, also ich glaube, die Anomalien sind doch ein bisschen aufwendiger, also auffälliger, als man denkt. Was gut ist. Ich glaube, die Anomalien sind doch ein bisschen aufwendiger, als man denkt. Okay. Ich glaube, die Anomalien sind doch ein bisschen aufwendiger, als man denkt. Ich glaube, das ist ein bisschen aufwendiger, als man denkt. Ähm. Acht. Hm. Hier haben wir Elefant. Äh, Büffel, das. Löwe. Büffel. Büffel. Da ist auch wieder das Horn drin, hier ist auch wieder das Schwert drin, die sind da. Pferd, das... Kannst du bitte nochmal pinkeln? Das war nämlich so offensichtlich. Schildi. Der. Sorry, ich bin gerade so konzentriert, ich will das hier einfach rocken. Da klackert nichts mehr. Da haben wir immer Kiefer, Hand und Hüfte. Die sind auch wie immer 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Das passt. Hat er immer schon so geguckt? Schildi das. Schweinis. Schildi das. Schildi das. Shit. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt nein, aber das kann halt auch wieder komplett falsch sein, ne? Jetzt sind noch die Lichter vielleicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Puh. D-Wand, Stühle. Haben wir irgendwas übersehen? Der Imker, was ist mit dem Imker? Hat er nicht immer schon so geguckt? Ja, ja, bitte Tipps geben, sehr gern. Hat die Frau mit dem Schaf nicht die Hand bewegt? Der Typ, mal angucken, vielleicht hat er... Ah, genau, den Typ angucken. Der Imker hat die Hand vorm Bauch. Hat er doch immer gehabt, oder? Hat er das nicht immer schon gehabt? Doch. 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 Ach. Doch. Dieser Honigstab ist am Boden gelegen. Meint ihr? Okay. Ja, der hatte immer einen Honiglöffel in der Hand. Okay. Also, ich würde jetzt sagen, keine. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich falsch sein, oder? Oh Gott, das war richtig. Oh Gott, ja. Oh my goodness. Okay, das war gut. So, vier Stühle. Hier das. Also. Elefant. Niepferd. Büffel. Das. Hirsch. Wieder vier Stühle. Hirschi. Löwe. Das. Affe. Pferd. Und dann haben wir den hier. Der Dud kommt auch wieder. Das, das, das. Passt. Das passt. Sag euch eines Tages, Box ist er gegen die Wand und bricht aus und wir schreien alle. Das ist auch correct. Schweini. Das und der Pelikan. Eins, zwei, eins, zwei, eins, 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 zwei. Ja, der war immer so. Können wir uns gleich mal merken. Hatte der immer schon oben keine Zähne? Das wäre ja fies. Oha. Okay, Anomalie. Gruselig. Anomalie. Anomalie gesichtet. Also sind die Anomalien schon auffälliger, ne? Ist jetzt nicht sowas wie, da fehlen Zähne und so eine Scheiße. Das wäre ja auch übel mies. Okay. Yay. Büffelitis. Hier haben wir das Nili. Hirschi. Löwe-Li. Das hier. Afi. Ferdi. Der Kollege hier. Und hier. Und hier. Mr. Johan. Da müssen wir auch drauf achten, was da drauf steht. Hat er das Geräusch schon immer gemacht? Okay. War das hier schon immer da? Ja, ne? Aber hatte das schon immer so einen langen Schwanz? Hä? Das war eine Schildkröte hier, oder? Das hatte doch noch nie so einen langen Schwanz. Sieht richtig cursed aus. Also wenn wir keine Anomalie finden, müssen wir darüber diskutieren, ob das Ding schon immer so einen langen Schwanz hatte. Waren hier auch schon immer Stühle? Hier? Waren hier schon immer Stühle? Hier waren doch keine Stühle, oder? Jetzt werde ich komplett verwirrt. Könnt ihr mir bitte eine auffällige Anomalie geben, bitte? Okay. Aber war nicht die Schildkröte hinten? Oh, oh mein Gott, wie gruselig. Holy shit. Das ist richtig gruselig. Okay. Anomalie entdeckt. Oh fuck, ist das gruselig. Oh mein Gott. Oh Gott, ich laufe mal schnell, wenn nicht, dass irgendwas passiert. Ih, ist das gruselig. Ihhh, spooky. Spooky shit. Weg mit dir. Die Schafe waren auch immer schon so, ne? Ich hab Angst, hier zu bleiben, dass es ausbricht und mich umbringt. Äh. 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 Oh, ist wieder normal. So, zwei. Wir gucken nochmal die Lampen an. Ich würde sagen, so die anstrengenden Sachen gucken wir immer am Ende, wenn wir keine finden. Also, hier haben wir einmal Büffel, äh, Elefanten, Nielpferd. Ich höre doch schon wieder komische Geräusche. Sind die Geräusche auch eine Anomalie? Das hat uns letztes Mal schon verwirrt und es war nicht so. Hört ihr das? Das ist einfach so ein Helikopter. Oh. Vier Stühle, Schweini, das und das. Eins, zwei, eins, zwei, eins, 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 ja, passt. Vierofio. Vierofio. Hm. Hm. So, jetzt gucken wir nochmal die Lampen und alles an. Ob das eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann gucken wir nochmal genau hier rein. Die hier irgendwas übersehen haben, was irgendwie crazy wirkt. Oder in den Fenstern, vielleicht steht da irgendwas im Hintergrund. Die sind auch alle wie immer. Das Horn. Das ist auch wie immer. Das Bild. Das Pferd. Steht da nichts auf dem Bauch, hieß, oder so. Ich fand die alte Frau im Laden interessant. Da haben wir wieder Hüfte, Hand und alles wie immer. Das ist wieder das Wildi. Ich höre, wie gesagt, wieder nur so ein Helikoptergeräusch. Aber ich glaube nicht, dass das als Anomalie gilt. Also wenn ihr mich fragt, war das Zeichen hier immer drauf, würde ich sagen, ist clear. Den Pinguin an. Der war immer schon so, oder? Hatte der immer schon die Haare? Und das Bild am Anfang. Das ist auch normal. Was, da ist Blut am Stuhl? Wo denn? Achso, nee, ich glaube, das ist nur Dreck. Aber gut zu sehen. Gut, gut gesehen, meine ich. Okay, also, wenn ihr mich fragt, ich wüsste nicht, was es sein sollte. Weswegen ich tatsächlich sagen würde, ich würde sagen, keine. Die Schweine sind ja auch eigentlich wie immer. Außer, die haben da jetzt einen hinzugemogelt. Aber sonst würde ich jetzt sagen, keine. Was meint ihr? Ich meine die Wildschweine. Die Wildschweine sind wie immer. Genau, die Menschen waren immer im Hintergrund, ja. Die Augen der Dame sich immer schon leicht bewegt. Ach, du meinst von da hinten, ja, ja. Okay, wir gehen jetzt ohne Anomalie. Oh Gott, wieso sagt man das, dass es irgendwie falsch ist? Oh Gott, oh Gott, wir hatten recht. Oh, Leute. Halleluja. So. Okay. Okay, Elefant. Büffel. Nielpferd. Hier Füchse und... War der immer schon hier? Löwe. Vier Stühle. Horn. Das. Das. Du bist immer noch Mr. Johan. Affe. Wölfe. Finguin. Bild. Das habe ich vorhin übrigens gar nicht angeschaut, das Bild, ne? Der Löwe. Das hier. Das. Das. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hier wieder der, wieder das. Hüfte und Kiefer. Der Imker. Macht auch immer das Gleiche. Das ist nur so ein komisches Geräusch, aber ich glaube, Geräusche zählen nicht. Die hier. Das, das. Nielpferd. Das Bild. Das hier und das. Und die. Okay. Dann zählen wir mal die Lampen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puh, ich weiß es nicht. Ja, die Frau hatte immer schon so lange Nägel. War das immer schon so? Ich weiß nicht, ob der Vogel immer schon so war. Aber wenn sie halt so anfangen, dann sitze ich hier noch 24 Stunden. Ob der Vogel halt auch genau die Position hat, meine ich. Das weiß ich halt nicht. Gibt es noch was, auf das ich achten könnte? Das kann doch nicht sein, dass schon wieder keine Anomalie ist, oder? Okay. Okay. Nee, die Füchse passen. War schon immer erst der Tiger und dann der Wolf? Ja, ne? Oder war nicht immer erst der Wolf und dann der Tiger? Also, ich würde dann jetzt sagen, es ist halt schon wieder keiner. Ich habe irgendwie Schiss, dass das nicht korrekt ist. Also, ich sehe nichts. Oh Gott. Also, sollen wir gehen? Wir haben jetzt wirklich nochmal alles angeglotzt. Oh, da haben wir noch irgendwas vergessen. Wir haben alle Bilder angeglotzt, ne? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das war richtig. Okay, Scheiße. Muss ich da durchlaufen? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ein ganz normaler Tag. Ach, du Heiligsmächtle. Das war normal. Das war keine Anomalie. Das ist ein Tag wie jeder andere. Oh Gott. Oh Gott. Mhm. 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 Bei den Anomalien hat man eigentlich einfach nur Angst, dass man drauf geht. So, Kollege. Hä, hat sich sein komischer Schädel da schon immer so komisch gespiegelt? War ja immer schon Sitzplätze, ja, ne? So gruselig. Nehmen wir wieder das, dann den Peli, das, Hüfte, das, das, das. Sind das auch wieder, oh, oh, geil. Das ist eine geile Anomalie. Crazy, geil. Nice. Okay, Leute. Vorletzter Raum, Konzentration. Die Kids sehen immer noch unmotiviert aus. So, Elefant. Agro-Bär. Das. Vier Stühle. Die. Das. Ein Bulle. Das. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, kann der ausbrechen? Ich will es gar nicht rausfinden. Ah. 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 Nein, ich muss melden. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte fast nicht melden können. Holy shit. Heiligsblechle. Tu mir doch nicht sowas an, ey. Oh, fuck it. Man muss echt direkt hinrennen, ne? Sonst ist man direkt dead. Oh shit, das wäre es gewesen, ne? Vor allem schön, dass der Gorilla High Heels anhatte. Oh Gott. Ich habe es noch verschrien, ne? Ich habe es. Ich habe es verschrien. Aber sowas von. Man sagt ja immer, verschrei es nicht. Dachte nicht, dass er das umsetzt. Geil. Der Sack. Spinnen und Pelikanen waren immer schon hier, ja? Hüfte. Das, das, das. Die sind auch wieder alle normal. Der Imker hat uns noch gar nicht seine wahre Seite gezeigt. Und die auch nicht. Aber. 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 Oh Gott, we did it. Oh ja, ich wollte jetzt nicht draufgehen. Ja! Heiligsblechle, du. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Geiles Game. Ich muss sagen, ich liebe diese Games. Und es kommt jetzt demnächst ein neues. Das werde ich auch direkt spielen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Geile Anomalien. Ich finde es richtig cool, dass es nicht zu krass war. Ich fand Project 13 in der Irrenanstalt dann schon ein bisschen krasser von den Anomalien. Es waren dann so Kleinigkeiten. Hier waren es wirklich so Anomalien, auf die du dich gefreut hast. Das hat er deutlich verbessert. Das fand ich sehr, sehr nice. Und ich freue mich auf jeden Fall. Wie geil! Und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Teil. Der kommt demnächst hier auf den Kanal in ein paar Tagen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo auch. Und wir sehen uns definitiv im nächsten Project 13, und sehen, wenn es wieder heißt, Augen offen halten. Denn hinter jedem Flur kann sich eine Anomalie befinden.